Guten Nachmittag. Ich bedanke mich sehr viel für das Wort. Ich werde über Erfahrungen in den USA reden. Wir haben Rechtseinwände gegen das Projekt eingereicht in Süd-Karolina. Es ist klar, ich beschäftige mich momentan mit Nuklearwaffen und ich lebe in Süd-Karolina und ich beobachte, was da alles passiert. Und ich möchte nur sagen, hier haben wir diese Anlage, die über einen Fluss in Savannah hinaus steht. Auf der einen Seite ist eine Brücke und dann haben wir die nuklearen Waffen und in Georgia haben wir hier weitere, in Süd-Georgia, Atomkraftwerke. Aber auf der anderen Seite des Flusses haben wir jemanden, der nuklearen Reaktoren kauft. Wichtig ist es zu sehen, dass dieses Projekt in Süd-Karolina zwei Einheiten hat. WC Summer AP 1000 und dieses Projekt hat völlig versagt. Es wurde lizenziert im Jahre 2009 durch die föderale Regierung. und die Regulatorenkommission auf viel nukleare Fragen hat das betrachtet. Das Projekt endete im Jahre 2017 und die Konstruktionskosten waren wesentlich höher. Also es gab da sehr hohe Zinskosten. Also auch das Problem mit AP 1000 war, unterstützt der Ausbau. Es hätte 2012 in Betrieb gehen sollen, aber es gab große Verspätungen. Erst 2017 wurde es in Betrieb genommen und 2023 erst in Betrieb genommen. Vor einigen Monaten wurde es fertiggestellt und das war die wichtigste und teuerste Anlage, die Kraft-Nuklearanlage in unserem Land. Und man sieht hier, so sah es am 18. Februar 2024 aus. Es hat noch nicht völlig funktioniert. Das ist die eine Einheit aus den 80er Jahren. Die steht immer noch da, die Einheit 3 und da ist 4. Das hier sind die Kühltürme. Wir beobachten alles auch aus Vogelperspektive. Das hier ist im Prinzip seit mehreren Jahren verlassen, dieses neue Projekt. Und hier haben wir diese Komponente, die wurden in die Ukraine geschickt. Und hier ist die Deponie für Atomabfall. Die Frage ist, was machen sie damit und was wird wohin transportiert? Also das amerikanische Energetikministerium hat im Jahre 2023 gesagt, was eigentlich passiert. Wir beobachten es seit 2009. Also ich möchte nur sagen, die hatten keinen Projektzeitplan gehabt. Es fehlte an erfahrenen Fachleuten. 5.000 Menschen hätten da arbeiten sollen. Und es war wie in einem Land. Die Area ist so groß wie Bulgarien oder Tschechien. Und trotzdem haben wir diese Arbeitskräfte nicht gefunden. In fünf Ländern haben wir gesucht. Ich verstehe das gar nicht. In dem Vereinigten Staaten gab es nur zwei Projekte. Und das war einfach ein riesengroßes Versagen der Lieferkette. Das war das Versagen der Lieferketten. Und eine weitere Sache, die da war, die haben begonnen mit dem Bau noch im Zeitpunkt, wo das Projekt noch nicht zu Ende war, nicht fertiggestellt war. Das war ein großer Fehler. Heute ist das Projekt mehr oder weniger fertiggestellt. Also der Entwurf, es gab da ungefähr 20 Änderungen, Konstruktionsänderungen. Es fehlte da an Koordinierung zwischen dem Baukonsortium und den Eigentümern. Das waren Stromversorger, öffentliche Stromversorger. Die baulichen Probleme, unendliche Lügen, die man an Regulatoren und an die Öffentlichkeit auslieferte, was die Verbindungen betrifft. Die haben gelogen, nicht nur dem Staat Georgia, als auch Südkaroliner. Ich sage Ihnen jetzt die Wahrheit, es gab keine Lösung, was die definitive Ablagerung des radioaktiven Abfalls betrifft. Das heißt, es gab da keine endgültige Stelle, wo man den radioaktiven Abfall im Areal zwischenlagen sollte. Die Revisionen von energetischen Alternativen gab es da nicht. Das Dokument hat 1.000 Seiten und nur drei Seiten davon beschäftigten sich mit den energetischen Alternativen. Das heißt, die konzentrierten sich auf den Reaktoren ohne Rücksicht darauf, was passiert. Und das war der größte Fehler. Ich habe alle Artikel gelesen zu dieser Problematik. Ich habe auch davon gelesen, welche Probleme für Mittel- und Osteuropa es gibt, welche Vorschläge. und das heißt, man sprach nicht über die schlechten Erfahrungen in den USA gesprochen. Das heißt, WC Summer war das Versagen von Fokt, das gleiche wie in Foktle. Warum verschweigt man das? Man muss die Wahrheit sagen, die haben gelogen und das hängt alles von Menschen ab. Das heißt, es muss gesagt werden, aufrichtig davon, was mit diesem Projekt passierte, wie es ablief. Und die wichtigste Frage lautet, was passierte in WC Summer? Es reicht nicht nur zu reden, wir müssen über den ganzen Kreis, was bedeuten die überschrittenen Kosten, was bedeuten die Zeitpläne, die überschritten wurden. Hier das Westinghaus, also in einem Bericht über die Nachhaltigkeit von 2023, die haben gesagt, wir sind stolz, dass wir eine saubere, sichere und leistungsbare nukleare Energie, nuklearen Strom liefern können. Für unsere und für künftige Generation können wir es uns wirklich leisten, das, was in Süd-Karolina passierte. Ich bezahle dafür und ich werde 15 Jahre dafür bezahlen. Das ist nicht etwas, was wir uns leisten können. 18 Billion each, is that affordable? If you're working on this, ask them if that's affordable. So, what we're looking at here, they finished two reactors and have spent close to 50 Billion dollars. billion dollars. So, you get two reactors for 24 billion dollars. Is that affordable? Entschuldigung, 50 Milliarden Dollar. Is that etwas, was wir uns leisten können? Kannadische Firmen und Westinghaus waren sehr korrupt in 2017 und die nukleare Facility war auch korrupt und die musste Konkurs erklären. Also, andere Firmen haben, andere Eigentümer haben diese korrupte Firmen übernommen. Also, die Firmen, die das übernommen haben, beschäftigen sich mit Vermögensverwaltung dafür, damit sie Gewinn generieren. Und das sind die Projekte, die in verschiedenen Ländern laufen. Das heisst, diese Firmen sind im Stande, das Projekt später zu verlassen und trotzdem immer noch Geld zu verdienen. Das alles hängt zusammen damit, wie die Vorschriften in den Vereinigten Staaten sind. Aber das ist quasi keine amerikanische Firma mehr. Da schauen wir uns an, wie es aussaut. Ford Unit 3 und 4, Georgia Power, WC, Power Unit 2 und 3, Summer Units, öffentliche Netzwerke, Kraftwerke, Dienstleistung, öffentliche Dienstleistung. Strom und Gas, Süd-Karolina, ist der 60-prozentige Eigentümer. Da sieht man, wie viele Kilometer, Quadratkilometer. Da sind wie viele Millionen Einwohner da leben. 11 Millionen Einwohner in Süd-Karolina. 83.000 Quadratkilometer, 5,4 Millionen Einwohner. Sieben Reaktoren, gestartet 1970 und 1980. Georgia hat genügend Kunden. Also diese Stellen kenne ich sehr gut und ich monitoriere beide Projekte. Hier ist ein Atomkraftwerk. Und wenn wir uns das kommersionale Betreiben ansehen, ich lade Sie ein, um sich das anzusehen. Auch leide ich alle Regierungsvertreter, Mitglieder an, um sich das anzusehen. Und ich zeige Ihnen, was sich hier abspielte. Und was das bedeutet, dass sie ein Darlehen mit einer Garantie von 12 Milliarden Dollar bekommen, von der OE. Und die Steuerzahler haben aber das Risiko dieses Darlehen selbst getragen. Das Projekt zeigt noch ein weiteres Risiko. Es scheint, dass das föderales Geld ist vom Staat. Das heisst, es besteht da zwei Arten von Risiken. Das sind die letzten zwei grossen Reaktoren, die in den Vereinigten Staaten gebaut worden sind. Warum besteht Zweifel über diese zwei Reaktoren? Diese Reaktoren hätten sonst ihren Lebenszyklus bereits hinter sich. Das erste Projekt hat wirklich versagt. Hier ist ein Bild. Da sieht man die Kapazitäten der Atomkraftwerke, die seit 1970 gebaut worden sind. Das hat die USA-Amerikanische Agenturen für Atomenergie unterstützt. Vergleichen Sie es bitte mit dem Jahre 2010. Sie sehen, diese Balken werden immer kleiner. Man sieht hier nur die kleinen Reaktoren. Fox Unit 3 und 4 und Fox Bar Unit 2. Es besteht hier eine Tendenz, eine Bemühung, dass einige Reaktoren gebaut werden. Aber im Prinzip geht es um spekulative Herangehensweise. Also Fox Unit 4 begann im April 2024, aber es sieht aus, dass Fox Unit 4 nur 2% von Stromproduktionen zum gesamten Strom in den USA beifügt. Nur 2%. Das ist sehr überraschend. Hier sieht man Photovoltaikanlagen, Batterienanlagen und Atomenergie. Also das ist im Prinzip keine Werbung für Atomenergie. Das Ganze generieren, unterstützen die Vereinigten Staaten, aber im Prinzip konzentriert sich die Photovoltaikanlage auf Texas und Kalifornien. Nur Texas und Kalifornien. Westinghouse bemüht sich immer noch, diese Reaktoren durchzusetzen. Diese Projekte, weil das so ein großes Fiasko war, reduzierten und kühlten die Entwicklung der Atomenergetik in den USA auf Null. Also warum kommen sie jetzt nach Europa, wenn sie nicht imstande sind, solche Projekte in ihrem eigenen Land zu unterstützen? Ich verstehe das nicht, was es bedeuten soll. Aber ich glaube, das kann ganz wahnsinnig oder verrückt sein, wie er wortwörtlich sagte. Da ist eine App für unsere Regelagentur, Regelbehörde. Das ist eine gebundene Agentur. Das heisst, diese Agentur macht das, was die öffentlichen Netzwerke der Stromversorger wünschen. Und hier sieht man, wie ist die Antwort auf unseren Antrag. Da steht Änderungen, Projektänderungen, Konstruktionsänderungen. Ape 1000 wurde nie bevor gebaut. Es unterliegt einer kontinualen Änderung der Konstruktion. Es kommt zur Verspätung von Zeitplänen. Ursprünglich haben die uns über das alles gelogen. Es gibt Verspätungen, die sagten uns, wir haben nicht Recht, aber wir haben das denen nachgewiesen, dass wir Recht haben. Und wir haben vom ersten Tag an drüber gesprochen bis zum Ende im Jahre 2017. Das hier ist nicht Containment. Das ist in die Luft geöffnet. Das heisst, das Wasser auf dieses Stahl-Containment kann es regnen, dann kann es zu verschiedenen Reaktionen kommen. Es ist nicht sicher. Das ist kein Ausbau. Über Ausbau haben wir früher gesprochen. Das wurde in drei Jahren gebaut, aber unausreichend. Die haben eine modulare Vorgehensweise, aber diese Vorgehensweise hat versagt, weil man sämtliche Module auf andere Stellen transportierte. Das alle führte zu erhöhten Kosten. Alle diese Konstruktionselemente musste man dort übertragen, wo der Reaktor schon stand. Es gab da riesengroße Verspätungen. Also wenn ich zurückgehe zu dem Bericht, warum dieses Projekt versagt hat, hängt es damit zusammen, dass sie die Probleme nicht verstanden haben. Und das alles dauerte sehr lange, bis die amerikanische Regierung die Nachricht veröffentlichte. Und schauen Sie sich an, wie viel es das Ganze kostete. Wir sind jetzt in Georgia und das Volk weiß gar nicht, was sie für Strom bezahlen. Die Zinsen sind um 24 Prozent gestiegen und das wird nie zurückkommen, weil das Projekt versagte. Wir hätten das alles vermieden können. Die nächsten 15 Jahre werden wir diese Zinsen bezahlen, wir als Kunden. Das ist das Risiko der Kosten. Das versagte AP1000-Projekt in Süd-Kalifornien wurde zu einem kriminalverdächtigen Projekt. Das sicherte, es kam zu vielen Lügen und die kamen vor das Gericht. Anno, es kam zu Kriminalkonspiration, deshalb war das Projekt zum Scheiten verursacht. Sie bekamen gewisse Urteile. Der Weißpräsident, der den Bau beausrichtigt, kam ins föderale Gefängnis und einer der Beamten hat Hausarrest bekommen. Also das System kam, aber man redet nicht über das Projekt WC Summer und über das Ende von WC Summer. Ich nähere mich dem Ende meiner Rede. Passen Sie bitte auf. Niemand spricht über dieses Projekt, das versagte. Niemand, der etwas anbietet, spricht nicht über dieses Projekt. Mehr håll, was ich gar nicht determine. Untertitelung des ZDF, 2020